Ich hab ihr nicht druggelassen. Ich hab ihr nur weggekriegt. Aber ich hab gehört, du hast Schimpfwörter gesagt. Und das geht mir gar nicht. Na und? Sie hat mir und den Korn gejagert. Ja, hat sie. Nein, das warst du selber. Ey Lina, jetzt haltest du mal den Pappen, sonst würde ich den Bauch versenken in meinem Meer. Soll ich dich zerquetschen? Bevor du dazu kommst, meine Freunde zu zerquetschen, werde ich dich in ein Sandbäumlein verwandeln. Möchtest du's mal sehen? Was ist denn, du Berg, du? Ich bin kein Berg, ich bin Sandmann. Du Kreatur. Eines Tages kriegst du deine Lache und dann wirst du im Sand schmoren. Wenn du jetzt noch einmal auf mich haust, dann kriegst du Sand überall hin. Das gilt übrigens jetzt auch für meine Freunde, du Idiot! Ich muss doch... Ich muss doch... Ich haus doch gesagt, jetzt kriegst du Rache! Schein! Ja, weil du mein Feind bist und meine Frau in den Wald und den Fürth hast. Gut, jetzt ist der blöde Riese weg. Entschuldigung, dass ich dich so angascht habe, Lina. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich nehme das zurück. Geht's an die anderen zurück? Ich komm nie mehr. Geht weg! Ich komm nie mehr! Nein, ich geh wie immer weg. Nein! Elina, geh jetzt an die anderen zurück! Nein! Bitte! Nein! Ich bin eine Unruherstifterin. Denn immer fährt noch kein Haus verursacht. Doch! Keiner braucht mich. Ich bin eine nutzlose Unruherstifterin. Ich liege limite schwer. Ich warte gerne und vergissene Tal einfach. Ja, da bin ich. Du bist fertig und viele Menschen nichts dabei. besuchen. Warum nur? Es ist aber besser so. Ich hoffe, Elina ist jetzt, dass ich an den zurückgegangen bin, jetzt war ich unruhig tief, dass ich nicht mehr bei Seher bin. Elina, du bist wieder da. Eine traurige Nachricht. Wo ist die Oma? Sie ist weggegangen. Warum? Weil sie glaubt, dass sie schlecht ist und sie kein guter Oma ist. Oh nein! Sie muss wieder zurückkommen. Ohne Ere wird es nie mehr so sein. Schaut mal da um! Was denn, Sano? Legt euch am besten hin, dann seht ihr es am besten. What the... Da muss ein Flugzeug auf einen langen Weg gehabt haben. Für ein Flugzeug ist das kein langer Weg. Da hinten fliegt es. Ah ja, da fliegt es ja noch. Stimmt. Wo ist die Waldraut? Und dann würde dich auch an, als ich ein Flugzeug zu verstehen. Ich versuche dich. Wir müssen den Wagen好. Und dann müssen die Begründung.